ja ok google beleuchtung an wo erst mal ein bisschen licht machen herzlich willkommen beim geiver im keller heute heißt es wieder wetten der geiver macht ja meine mieterin ja ich habe eine mieterin und die wohnt über mir die hat zwei kinder und dieses regal was sie nicht mehr benötigt und sie hätte gerne daraus eine spielkiste irgendwie aus dem holz was da ist sagt sie für den rand reicht es für die deckel habe ich hier noch so ein paar zwei beschichtete tischtapplatten war auch mal ein altes büro möbel so was kann ich nicht wegwerfen da werden wir richtig ausresten eine super kiste eine richtig tolle kiste bauen verspreche ich euch mit speziellen gadgets und einem verschluss der seinesgleichen sucht so und dann würde ich sagen geht's los nach dem intro ja dazu mein fräs anschlag abnehmen das werden wir als anschlag nehmen quer anschlag reicht das wenn wir glück haben wenn wir glück haben schauen wir mal jetzt müssen wir erstmal ich will auf jeden fall die kanten abschneiden ich habe da was vor warum hast du den tisch nach links gebaut genau für solche fälle ich habe hier eine wahnsinns auflagefläche jetzt und kann ohne weiteres tolle sachen machen deswegen habe ich das gemacht so das passt sogar so einmal die modik auf zack karre hochfahren und einmal absägen einmal können wir eigentlich auch gleich auf maß sägen das mal auf nehmen wir erstmal weg auch einmal weg dann machen wir hier einmal 70 einmal 50 70 50 wenn ich das jetzt innen drin moment schmeißt doch hin ach hast schon hatte warte warte 50 53 der dingen ist ein bisschen weniger machen weil sonst die platte nicht da rein passt ja das heißt wir machen 70 ja jetzt machen wir erst mal 70 70 not aus geil kann ich nur immer wieder sagen habe ich toll gemacht gibt es natürlich bei mir im shop klar so wieso nicht du auch 50 48 dann habe ich genug luft 48 so 48 48 48 49 49 49 50 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 Hab ich Dös-Buddle wieder vergessen, den Schieber aufzumachen, ne? Ah, ich denk mir, was fliegt mir hier alles entgegen? Dann nutze die beste Absaugung nichts, wenn du den Schieber nicht aufmachst, ne? Ich werd alt, ich werd so alt. Dann 11, 11, it's time for progression, ah! I could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody and stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheming Better stand tall, ready for a fight, believe me When they drive the chains, you can say no, free me So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Ja, kurzer Break. Die Teile sind soweit abgerundet. Ich wollte wirklich erst so kleine Stege dazwischen machen. Dann ist mir aber eingefallen, da wohnt oben noch so ein kleines Einjähriges, anderthalbjähriges Kind mit so ganz kleinen dünnen Fingerchen Egal wie dünn du das machst, der kommt da rein und bleibt da hängen Nein, mache ich nicht. Also ich werde die jetzt so verschrauben, wie es ist Ich habe inzwischen innen drin schon eine Platte eingepasst, die wird auch verschraubt Dann machen wir einen schönen Deckel und ein paar schöne Füße Ich glaube, die drucke ich. Dann werden wir mal gucken. Ja, das heißt, jetzt einfach nur einmal noch verschrauben Einen Deckel machen, einen Verschluss machen Ja, da arbeite ich noch dran. Schauen wir mal. Es geht weiter. Ja. 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 Now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole for you, choking's overdue Come at me and you won't get any old adieu, crack your hold or two Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty I know there's no turning back Oh Gott, Adrenalin Wasted, so mad I can taste it, I know there's no turning back Eyo, eyo, I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that Eyo, eyo, I'll bleed on your face just to make you go take it back Eyo, eyo, I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad Eyo, eyo, and now you can't wish, you would shut the fuck up real bad Ja, das war mal ein Video ohne viele Worte, ja Die Kiste ist wie gesagt aus Recycling Material, ja Es war ein altes Regal, ein paar übergebliebene Bretter, ein bisschen Holz von hier Aber man sieht, man kann aus Resten richtig was Schönes bauen, ja Das wird eine schöne Spielkiste, wo auch die Kinder mal draufsteigen können, auf jeden Fall Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es nicht gezeigt Diese Ausfräsungen habe ich gemacht, äh, mit dem Handfräser, grauenhaft, grauenhaft Weil der ewig stockte, hier mit so einem 30er Fräser, äh, ist nicht dafür gedacht Es ist ein Kantenfräser, deswegen, ähm, keine Videoaufnahme davon Das wäre zu, äh, ne, war nicht toll Ja, auf jeden Fall ist das alles jetzt fertig Es wird jetzt gleich, werde ich das meiner Mieterin geben Mal sehen, was sie da alles reinpacken können Vom Gewicht her Ach ja, hat's ein paar Kilo, aber es soll ja auch stehen, ne So, Holz ist eh nicht mehr das Beste Ich weiß nicht, ich glaube, Öl, nö Vielleicht gehe ich nochmal mit Öl drüber, wa Mit dem Lappen einmal kurz Ich mache es nochmal und dann mache ich eine Aufnahme Ja, ähm, eigentlich sollte es anders werden Ich weiß, ich habe vorher rumgetönt mit einem wahnsinnigen Verschluss und 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 Aber, ähm, ich habe mir, ich hatte mir was ausgedacht Ja, so ein Magnetschnapper, der dann über Magneten sich so wegdrückt und so Leider war das Material zu dick, äh, die Distanz war zu groß Ich baue aber mit Sicherheit mal irgendwann etwas mit diesem, mit meiner Konstruktion Das ist nicht verloren gegangen Es sollte sowieso einfach bleiben, hat sie mir gesagt Und, äh, so ist das für die Kinder auch zum Öffnen, zum Schließen, zum Tragen Ja, Tragen nicht mehr für die Kinder Aber, äh, ausreichend, äh, man ist eine Spielkiste Damit kann man auch, da kann man sich drauf hinsetzen Alles okay Ziel erfüllt Geiler hat's gemacht Und ich würde sagen, bleibt mir gewogen Bis zum nächsten Mal Wenn's wieder heißt Der Geiler bastelt Der Geiler macht es Der testet Der tut Oder irgendwas Bis zum nächsten Mal Euer Lutz Euer Geiler Tschüss Du hast noch nicht genug vom Geiler gesehen Ja, bitte Da könnt ihr mich abonnieren Und da gibt es andere Filme von mir Genug zu sehen